Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World mit mir, eurem Masteroff. Und wie ihr seht, haben wir diesmal Prinzessin Peach dabei. Weil hier mit der Meinung bin, dass sie das Ausschlaggebende ist mit dem Schalter. Weil das sah ja wie eine Krone aus. Also nicht Multiplayer, sondern Peach-mäßig was. So, testen wir das doch gleich mal. Und schauen mal, ja, und machen wir ausnahmsweise mal in dieser Welt einen Peach-Gang. Ha, auch nur hier. Voll lahm ist die, Alter. Oh Prinzessin, lern doch mal mehr Fähigkeiten zu haben. Schneller laufen ist viel cooler als schweben. Ja, das kann sich schweben. Ja. Die Pi, uh, schweben wir. Wir schweben eine Runde, ui. Oh ja, wir schweben, sehr coole Sache. Schweben. Wir sind schweberig, uh. Möchte mit ihr nicht die Höchstpunktzahl haben. Die soll die Luigi obliegen. Ja, da haben wir es geschafft. Wie es aussieht. Jo. Das war das ganze Geheimnis dazwischen. Und wir haben sie bekommen. Oh, wie süß. Chibi. Prinzessin. Okay, das ändert sich hoffentlich nicht die Flagge da. Ne, sehr schön. Da haben wir alles richtig gemacht. So, wir können also hier weitergehen. Und diese Welt besuchen. Das 3-6-Bergpass-Sprint. Ja. Wir werden Luigi wieder nehmen. Denn wir wollen Luigi. Und nicht Prinzessin im Pitschen. So. WTF. Hast du mir was zu sagen? Die haben nie was zu sagen, oder? Die sitzen da so doof rum. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Eine Katze. Juhu. Ich wäre jetzt totperfekt hier, oder? Seid ihr Zuschauer, ja? Okay, dann passt mal auf. Wie gut ich jetzt abrase. Ui. Mit einem cooler Mario-Karten-Mucke hier. Geht's mal richtig. Aua. Wie könnt ihr es nur wagen? Oh ja, gehen wir diesen Weg. Das ist so geil. Mario-Karten. Dadadad. Didi. Didi. Du-du-du-du-du. Haha. Er wischt ihr auch. So. Natürlich werde ich so keine Geheimnisse erfahren, wenn ich hier einfach mal schon strax durch die Level marschiere. Aber egal. Einmal darf man es zwar gönnen. So, Mario-Karten-Like. Meine Bestzeit, bitte. Ah. Aber wenigstens haben wir noch was bekommen. Okay. Ui, ui, ui. Ui. Da ist aber nichts. Oh, da wäre was. Oh. Mitten in den Tod gesprungen. Okay. Okay. Okay, wir haben uns mal was gegönnt. Und jetzt... Machen wir hier weiter, wie es aussieht. Na egal. Du-du-du. Und hüpfen. Aber ich möchte wissen, was da ist. Aua. Das muss ich ja auch so in den dummen Hasen fangen. So. Hey. So, willkommen. Haseli. Und so. Okay. Weiter geht's. Nachdem wir unseren Hasen gefangen haben in... Das war Nummer zwei, ja. Wir haben einen eindeutig verpasst. Ui, und weiter geht's hier. Oh, das war mal wieder mies. Okay. Das machen wir lieber so. Ja, aber Katzenkostümung war gut gewesen. Den habe ich aber leider verloren. Naja. Oh, weiter. Ui, ui, ui. Ta-da. Coole Strecke. Kann ich jedem nur empfehlen. Hahaha. Ja, mit Luigi durch die Welt rasen. Mit Mario Kart Mucke. Genial. Und da haben wir ein Häschen. Juhu. So. Wir machen hier weiter. Und ich muss wahrscheinlich gleich einen Cut machen, weil irgendwas passiert. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da und wir können weitermachen. So, wir haben versucht, die werden natürlich nochmal. Denn ich möchte jetzt alles herausfinden. Jo. Bergpass Sprinten. Da-da-da-da-da-da-da-da. Di-da. Hier ist bestimmt irgendwo was. Ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Nämlich. Ähm. Ja, es geht auch in die Richtung. Oh oh. Ja, es geht in die Richtung. Hahaha. Wie er gesehen hat. Oh, ich komme nie über 30 Linien aus, wo ich immer mal wieder sterbe. Genau. Katzen. Katzen. Miau. So, so. Ist hier irgendwas? Schambann nicht. Na gut. Dann lasse ich das mal und akzeptiere es. Aber ich möchte doch wissen, was hier ist. Mir fehlt nämlich ein Sternchen. Ah, das akzeptiere ich nicht. Jetzt sterbe ich lieber. Ciao. Schon wieder an der selben Stelle mein Katzenkostüm verpasst. Möchtest du mir einfach machen, ja. So bin ich eben. Warum nicht? Es ist legal einfacher machen. Auch wenn das Katzenkostüm wirklich ultra hammerhart stark ist. Aber egal. So ist das eben. Und diesmal kassiert ihr. Aha, hier unten. Wow. Gut, dass das Katzenkostüm hatte. Oh, oh. Okay. So. Das haben wir noch nicht bekommen. Sternchen Nummer 2 bekommen. Gab es hier irgendwas? Hey. Ja, genau. Was der Welthüpfen ist besonders gehabt. Bei mir. Aha, hier war irgendwas. So. War hier noch was? Nee. Dann können wir weiter rasen. Mit Luigi. dem Ultra-Raser. Ja. Wenn ich mal auf irgendwelche Regeln des Verkehrs achtet. Dann mach mal hier mal rasen, hä? Ah ja, das sieht ihm ähnlich. Diesen Rüpel von Luigi. Das brauchen wir nicht. Oh. Toll. Das hätte ich wohl... Ja, das hat ja Sinn. Okay, das geht schon mal so mit Katzenkostüm. Okay, das haben wir also auch bekommen. Dann haben wir eigentlich alles. Dann können wir weiter rasen. Oh ja, ich bin nicht so gut darin. Alles eigentlich zusammen. Tada. Und... Juhu. Nein. So. 10.000 Punkte. Mehr kann man nicht verlangen, oder? Oh, natürlich könnte man mehr verlangen. Viel mehr. Ist euch eigentlich aufgefallen? Luigi hat ein passend grünes Kostüm. Sieht voll geil aus. Sein Katzengrün-Kostüm. Mario hat kein rotes. Das ist sehr schade. Oh, da habe ich das übersehen, dass er auch so ein schönes rotes Fell hatte. Weil das passt ja zu Mario eigentlich so. Oder blau? Rot-blau? Hm. Naja. Juhu. Was machen wir als nächstes? Die haben wir auch schon erkundet. Das will ich nicht haben. Ja, machen wir doch 3-7. Haben wir 3-6 schon alles? Ne, 3-6. Oder war das von 3-6? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hätte ich mal besser aufgepasst. Aber muss ja wohl 3-6 gewesen sein. Also gehen wir hier in diesen Tal. Hin. Ja, hin und her im Schalter-Tal. Gut so. Jo. Diesmal haben wir wieder mehr Zeit. Schlupps. Oh, okay. Das sieht cool aus, diese Welt. Jetzt schon. Ich fürchte ja das Beste. Hier ist kein Geheimnis. Okay. Ja. Wir werden jetzt hier mal Schalter betätigen, wie es aussieht. Oh nein, da ist eine böse Biene. Die mir hin und her folgt. Okay. Das Viech ist ja cool. Haha. Äh. Ist hier irgendwas oben? Meine Herren. Ich glaube nicht. Okay. Dann machen wir hier noch weiter. Meine Feuerblume, wieso nicht? Ich bin ein Light Out. Katzen spielen doch gern mit, ähm, mit, äh, Bienenchen. Hm. Da möchte ich aber nicht rauf in so einen Face. Aha. Okay, hüpfen wir ein bisschen. Ey, ich würde hüpfen. Hm, egal. War schon gefällt. Aber egal. Zumindest sind es ja trotzdem. Sehr viele dabei. So. Hier kann ich mich ein bisschen umgucken, wer hier kann Controller hin und her bewegt. Da ist das Ziel. Okay. Dann wissen wir das auch mal. In dieser Welt ganz wichtig, in diesem Spiel ist zu wissen, was Ziel ist. Sonst verliert man. Weil es so weitläufig ist. Hoch, hoch, hoch. Natürlich nicht. Oh nein. Ah. Okay, geschafft. Warte, ich will die links verändern hier. Genau. So geht das ja ab. Hm. Da war eine. Aha, aha, aha. Sonst noch irgendwas? Tatsache. Und da oben auch. So. Und da ist ein Sternchen gewesen. Ja, bekomme ich den nochmal? BTF? Danke. Oh, Mensch. Jo, bringt mir das jetzt was? Ja. Ich konnte hier einfach mal so vorbeichillen. Oh nein, hilft mir jemand. Ich werde verfolgt. Okay, wir müssen dem Weg scheinbar gehen. Aber wie ich noch gar nicht ehrlich gesagt. Weil ich weiß, ob hier noch irgendwas ist. Schamba nicht. Hm. Ja, hier kann nichts mehr gewesen sein. Los. Und weiter geht's. Nein. Du sollst klettern. Klettern, wie du noch nie in deinem Leben geklettert bist. Oder so in der Art. Weiter geht's. Das Ding ist genau dem Weg auch gefolgt. Okay. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Oh, 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 oh. Ja, das war sehr schlau, die Fähigkeit zu nutzen. In dem Moment. Gut gemacht. Na ja. Das war sehr schlau von mir. Oh, oh. Ich komm aber nicht zum Gegner ran. Also laufe ich mir mal den Rantau her. Aha, Mr. Quakely. Seh dich nicht mehr quakig. Da. Nichts verstecken hier. So, geht das. Verstecken ist für alte Säcke, aber nicht für dich hier. Hui. So. Zack, auch weg mit dir. Ah, schon wieder hier. Das ist so geil. Ich bin der beste Schwimmer der Welt. Will aber nicht schwimmen. Es ist wohl besser, wenn man nicht schwimmt hier. Denk ich mir zumindest so. War hier das Katzenkostüm oder wieso hatte ich das? Oder hatte ich das von der letzten Welt noch? Okay, hast du mich nicht verbrutzelt. Ja, waren nur ein paar doofe Münzen. Und äh... Okay, dann hatte ich das aber noch von der anderen Welt. Jo, weg bist du, hä? Oh ja, Bienchen. Ah! So. Da geht's weiter. Ohne ins nasse, kalte Wasser zu gehen. So. Und Ständchen habe ich auch bekommen. Aber scheiße, weil man hier auf jeden Fall durchs Wasser muss, deswegen... Ah, und... Das ist kaputt, Mann. Kaputt, boah. Komm doch her! Ich wünsche endlich auf das Mistding. Danke. Ah, Leute. Oh, oh, oh. Weiter geht's so lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Na, egal. Hopp, hopp, hopp! Wunder mit mir! Ha, ha, ha! Als ob ich das hier... ...verpassen würde die Chance. Okay. Okay. Dann muss man hier lang. Oh, oh, oh. Okay. Ah, ah! Wir kommen alles. Perfekt. Das war geil. Ein langer Flug, quasi. Und hier sind wir wieder. Und tadaaay! Die Hälfte geschafft. So. Was erwartet uns also noch weiter? Hm. Oh, ein Münzenregen. Na ja, Münzenkreis erschaffen. Das kann doch nur Luigi. Und Mario wahrscheinlich. Und Peach. Und Toad. Ja, ja. Aber sonst jemand. Haha. Ihr seid zu schwach. Oh, oh. Klar, Münzen! Da geht mir einer ab. Oh, ja. Hui! Ich bin der Reiche. Warte. So reich kann du... Die werden ja nie reich. Fällt mir gerade ein. Wir tauschen ja immer gegen neue Leben eher Geld ein, ne? Okay. Hier können wir lang. Oh, oh. Jo. Oh, ich bin ja so gut. Ich bin der Master. Maestro. Luigi. Oh, oh. So. Nix hier mit. Keine neue Feuerblume. Das ist sehr ärgerlich. Was denn etwas schwerer wird. Naja, nicht wirklich. So. Naja, ein bisschen schwerer wohl doch. Aber ich will mich nicht total dumm bin. Hey. Eine Feuerblume. Hui. Wäre echt zu voll. Ja. Ja, hab ich was von dumm als... Dumm, dumm. Okay. Hast du geschafft. Hier ist ein Wasserfall. Also, oh. Und dann geht's natürlich weiter. Geheimnis. Wer weiß. Auf jeden Fall. Machen wir mal hier. Wir gehen hier lang. Warte. Ich muss aufpassen. Ah. Okay. Oh. Okay. Wir müssen aufpassen hier. Okay. Nein, nein, nein. Ich will hier nicht runterfallen. Genau. Ich hab's geschafft. Ja. Ich hasse mich. Weil ich ein Noob bin. Oh. Das war ein langes. Irgendwas. Naja. Ich hasse mich. Warte mal. Gibt's hier also irgendwas? Nö. Und. Na gut. Dann hat's so keinen Sinn. So. Hey. Will euch alle bekommen. Los, los, los. Das haben wir doch auch noch gerettet hier. Hey. Nicht mit mir hier. Hier. Was ist hier? Da ist doch ein Wasserfall. Kann ich hier rein? Nein. Nein. Wirklich. Tadam. Scheint nix zu sein. Diesmal sollen die mich mal gar nicht interessieren. Wollte ich sagen. Hm. Hahaha. Da unten wäre sonst... Da unten ist auch was. Musst du runterhüpfen. So. Wir schiften mal hier runter und schauen was hier aufgeht. Nix. Das sah so aus, ob da eine dumme Bluffung gewesen wäre. Na dann nicht. Ups. Ah. So, so. Luigi. Du schaffst alles. Du bist nämlich mein Hero. Mein cooler Master Hero. Haha. Und mal wieder ein Punkt. Für mich. Für Luigi in dem Fall. Na ja. Ich mag diese dummen Bienen nicht. Die sind... Naja. Dumm genug um mich zu erwischen. Heihei. Heihei. Hahaha. Hier kommst du nicht lang. Huiiii. So. Da ist ein Sternchen. Da muss man auch dagegen kommen. So. Was ist das eigentlich? Was sind... Drehen sich hier so komisch rum? Also hey. B... Warte. Das ist verwirrend. Okay. Gehen wir hier dann. Da war doch noch der Sternchen, oder nicht? Ja, ja, genial. Egal, egal, das schaffen wir noch. Hab ja noch was, hier. So. Das war Nummer drei. Juhu. Mehr gern Zeugs. Hm, ist hier irgendwas? Hm, ja. Okay. Das war ja cool gemacht. So. Jo. Ich mag diese Welt, ehrlich. So, wir rasen hier ein bisschen. Und tada. Geschafft haben wir's. Weil wir großartig sind. Großartig. Fantastisch. Um es nicht so auszudrücken. Ja. Und Luigi ist mein Held. Er hat alles geschafft. Bienchen freigeschalten hat er. So, aber ein Sternchen fehlt mir. Den, den werde ich mir jetzt noch mal holen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir den kurz. Und heben uns... ...den Rest. Bowsers Schloss darf von der nächste Folge auf. Weil Bowsers Schlösser sind cool. Ja. Also suchen wir Sternchen. Der Rest der Folge. Hin und her im Schalter mal. Genau, das war richtig. Schalter mal. Los. Luigi. Gigi. Tada. Ich geh mal hier einfach mal im Schnellgang durch. Haha. Nix hier. Ich hatte zwar die Befürchtung, das würde wieder schief laufen, aber ist nix. Kann ich ja auch kaputt schießen. Müsst du dich testen? Kaputt schießen. Na egal. Wir nehmen Sternchen mit. Okay, so. Komm her. Kann ich da nicht eigentlich auch noch? Hier. Ja, aber du schaffst das, Luigi. Nein, schafft er nicht. Okay. Wo könnte dieser dumme Stern verborgen sein? Hier irgendwo vielleicht ist es. Also hier vielleicht. Ne. Oder in dem Wasserfall. Hier irgendwo. Nein. Das ist alles fest. Okay. Dann. Vielleicht hier. Weil da war ein Stern. Vielleicht ist hier noch im Weg ein weiterer Stern. Nein. Dann weiß ich nicht wo. Aber vor allem. Ja, genau. Wo? Hey. Oh. Oh. Fail. Wo könnte der zweite Stern sein? Am Anfang bestimmt. Naja. Tada. Didi-didudum. Duh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Wir gehen hier einfach mal weiter. Und holen uns diese Feuerdumme. Hahaha. Sehr viel gebracht. Dummel. Wespen. Ich sehe keinen Wind. Wir können auch hier einfach so. Okay. Können wir nicht. Hm. Was wäre denn das Katzenkostüm natürlich? Aber ich hasse euch Bienchen. Wieso habe ich hier schon wieder? Ja. Macht doch nicht fertig. Ah. Okay. Weiter geht's. Hier war doch noch irgendwas. Wahrscheinlich jetzt noch ein Pilz. So. Ein Ständchen. Werde ich auch groß dadurch? Wahrscheinlich nicht. So. Vernichtet. Vernichte alles. Vor allem dich. Du nervst nämlich. P-Buddy. So. Da wird er nicht heißen. Aber ich habe ihn genannt. So. Ohne ein Freund. Genau. Hahaha. Nein. Wenn dann erster Freund. Aber ey. Ich möchte ihn nicht hier. Zu. Ähm. Konform mit der Sprache. Und so. Also. Freakig sein. Ha. Genau. Freakig. Oh nein. Verschwunden. Meine Plattform. Sie ist. Äh. Oh. Oh. Mann. Ich Probleme habe hier alles zu steuern. Oh nein. Ich habe meinen ersten Stern bekommen. Das mich macht nervös. Okay. Davor kann er auch keinen Stern gegeben haben. Deswegen sind wir hier sicher. Oh. Mann wird hier groß. Das freut mich. Wirklich. Na. Hier wird es ordentlich sein. So. Was haben wir noch hier? Wer geht da weg? Ihr Nerven. Nerven. Idioten. Äh. Miss. Oh. Minzen. 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 Nein. Ich bin auch dein dummes Gesicht gedoppelt. Und das hat mir Ärger eingebracht. Tada. So. Okay. Haha. Okay. Wo soll jetzt der nächste Dings sein? Hier vielleicht. Da unten gleich dann irgendwie. Hier ist es. Aber wie komme ich denn da bitte hin? Ich meine selbst wenn ich jetzt hier. Ne. Ich komme tatsächlich so hin. Muss ich nicht. Ducken kann helfen. Warte mal. Hier. Oh egal. Zu einfach war das. Na ja. Wir machen die Welt also noch fertig. Und dann haben wir es wieder geschafft. Ne. Man kann die nicht mit. Oh nein. Ich fliege runter. Oh nein. Ich würde weiter runter fliegen. Oh nein. Hm. Ich ziehe es nicht mit runter. Oh oh oh. Mensch. Was ist schlecht von mir. Los. Ich möchte die Punktzahl hier erwischen. Die 10.000. Ui. Perfekt. Würde ich mal sagen. Wir haben den nächsten Stem bekommen. Die Welt ist wieder beendet worden. Ja. Das war cool. So kann man das sagen. Schritt vor Schritt geht das immer weiter. Mit Luigi. Seinem Ende entgegen. Und danach werden wir pitchen. Hahaha. Auch wenn Piersch den kurzen Auftritt, den sie hatte, genervt hat schon. Naja. So. Dann gehe ich mal kurz zum Schloss. Ne. Wäre ich ja nicht. Denn wir beenden. Luigi sagt heute. Ciao. Und ich schließe mich dem an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es hier heißt. Let's play Super Mario 3D World mit mir. Eure Master. Bis dahin. Alles Gute. Und. Ciao.